Hallöchen, wir sind wieder in Tarkov auf Gone Zero. Bei mir ist Ralle. Halli, hallo. Ich bin der Türöffner. Ruf einen Weg in den Weinladen. Wir gehen diesmal echt einen abgefahrenen Weg. Ne, hier nicht, hier nicht, hier nicht. So abgefahren dann doch nicht? Okay. Ne. Mir macht das Angst, dass ich nichts höre, ne? Wir sind alleine. Oh, Nick, Nick, jetzt sind die Gegner gespawnt. Wir haben Angst, dass ich vorgehe. Boah, vor den Monsterleekane. Ich würde auch vorgehen, ich kann nur den Weg nicht. Wenn du mir sagst, wo ich abbiege, dann gehe ich auch vor. Ja, wir biegen hier ab. Ich kenne mich auf dieser Karte nach wie vor echt beschissen aus. Wir sneaken uns da jetzt rein. Dann müssen wir die richtige Weinflasche finden. Wir müssen den Laden und die Weinflasche. Ja, ne? Ich renne drüber. Ich schau auf den Kinderwagen. Haben wir eigentlich schon irgendwas? Wow. Dein Ernst? der packer wirst du lass ich mal liegen also ich war genau auf der anderen seite gelaufen wurde ich von hier fließt geschossen ja und als wir hier gelaufen sind von anderen seiten geschossen sind ein teufelskreis wir müssen aufpassen wir gehen einfach hier direkt rein schritte andere seite war noch einer ganz hinten ich gehe erst mal in den lager 2 schon durch ich komme hier nicht rein ich bin drüber geklettert ich komme nicht rein werde hier fies beschossen ich muss ja eben kurz zurück ich heim mich eben rennst du? ja ich renne das jetzt mal die flasche hier irgendwo ich bin hinter dir den habe ich da sind alles aber noch eine links zwei habe ich jetzt hier vorne ich muss in meinem die weinflasche oh toll wodka finde ich aber nicht die weinflasche oh diese scheiß quest hier ist sie also ich komme in dem raum wo wir uns jetzt mal gesucht haben da stand hier bei mir jo perfekt danke dir oh scheiße vorsicht links zur norweg lad eben nach stopp nach hast du geschossen? nein ich sehe ihn leider nicht mehr gilt das mir schön aber ich sehe ihn noch nicht das war fies weit ey vom wo die schießen ich habe nur die scheibe aufgeschossen hab einen links lang oder mira das was kürzer ist oder schöner mira habe ich eben schon schlechte erfahrung gemacht wir können versuchen zu immer kommen zu kommen ok ich fülle nur kurz meine magazine wieder auf trinke eine milch das mache ich gleich auch noch ich glaube wir sie schon dabei haben hast du eine zigarette? gleich nach der runde ok ich weiß nicht ob die flare für beide zählt wenn man die zündet nicht dass einer von uns stirbt deswegen würde ich sicherheitshaber zu immer kommen gehen bin ich jetzt total bei dir wir können hier lang oder wir müssen hier lang zu immer kommen ok bist soweit? da hinten ist einer wo ist da hinten? sorry hinten rechts auf der straße ja der ist down hast du wahrscheinlich gekriegt boah stellt mir gleich bei emma kaum weg ne? emma kann auch noch welche sein ja würde auf alle fälle weit links rüber gehen ja finde ich gut brauche mal was unser leber wenn du eins findest wäre geil guck mal hier rein nö liegt mal ein toter scaf da habe ich reingeguckt da war nix naja ich weiß ich würde nur gucken ob da noch was loses rumliegt hier liegt ein k wenn du eins brauchst oh total gerne mega oh draußen ja immerhin geschafft kurze runde aber effektiv damit haben wir glaube ich ground zero komplett abgeschlossen die war wirklich kurz keine sieben ja den weg wollten wir vorne auch gehen aber es hat nicht geklappt nicht ganz so gut wie viel hast du? zwei ich habe drei aber keine Bots wir brauchen noch einen coolen Namen für die hier nehmen wir die raider wollen wir die rogues nennen raider rogues raider ja können sie auch spieler nennen aber sehr geschummelt ja spieler wäre geschummelt ja hat er geschummelt so dann gehen wir mal kurz auf die quest oh hier die uhr ein bottle turn in complete background check was ist denn das nächste ich bin noch nicht soweit das ist customs die uhr goll ne uhr ja geil du brauchst man den schlüssel ne customs ist eh das nächste ziel ne das nächste ziel ist customs genau mega machen wir ein kurzes poischen in der aufnahme und sehen uns gleich auf customs customs